Ich stehe hier vor einem unserer Frauenzentren und es ist sehr schockierend zu wissen, dass dieses Zentrum so sehr gebraucht wird. Die Frauen in Myanmar, die jetzt in Bangladesch sind, haben so ziemlich alles verloren. Viele haben ihre Kinder verloren, viele haben ihre Häuser verloren und viele wissen einfach nicht, was sie jetzt noch tun sollen. Deswegen bieten wir von CARE ihnen psychologische Betreuung, aber auch weitere Betreuung, die sie brauchen. Wir sind hier bis zum Ende dieser Krise und ich hoffe, Sie sind es auch. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.